Freunde der Sonne, es geht wieder los. Ich habe hier mal einen Stallvlog für euch gedreht. Ich packe mir morgens immer erstmal was zum Essen und zu Trinken ein und dann fahre ich auch schon zum Stall. Dort angekommen werde ich immer begrüßt von diesem süßen kleinen Stallhund. Dann besuche ich immer Twix und Galo einmal auf dem Paddock, gehe dann mit den beiden auch grasen. Die Stute war da gerade nicht draußen, weil die stand auf dem anderen Paddock, weil die sich leider zusammen nicht verstehen. Dann arbeite ich immer noch ein bisschen was ab und dann habe ich nochmal die Kamera geschnappt und Bilder von Twix gemacht, weil das Wetter so gut war. Das wollte ich ausnutzen. Er war auch richtig on fire hier. Kleiner Wilderängst. Und ja, er kratzt sich gerade irgendwie da sehr doll. Ich habe aber schon von Effol dieses Hygienic Wash bestellt. Und ja, dann sind wir in die Klinik gefahren, haben da ein Pferd von uns wieder abgeholt. Und war zum Glück jetzt nichts Schlimmes. Und genau, dann habe ich mir von Eskadron dieses blaue Set hier bestellt. Ich hatte ja eine Umfrage auf Insta gemacht und ich habe dafür abgestimmt. Rodrigo nicht.